Tobias Seyfried, ich bin 32 Jahre alt, ich bin im Juni zum Priester geweiht worden und seit September in der Pfarrei Herz Jesu Pferdsee Augsburg als Kaplan tätig. Bei mir ist der erste Weltjugendtag und ich habe mir gedacht, bevor ich zu alt bin, muss ich das doch auch mal mitnehmen, dass ich auf den Weltjugendtag gehe. Und ich finde, der Weltjugendtag ist ein gewaltiger Impuls für die ganze Welt und einfach auch, es zeigt die Wichtigkeit, dass in unserer Zeit auch der Glaube an Christus lebendig gehalten wird. Das ist eigentlich das Wichtigste, was ich so am Weltjugendtag auch sehe.